Meine Herrschaften, meine Herrschaften, herzlich willkommen zu einer noch nie dafür gewissenden Sensation! Jetzt habe ich eine Mardel! Für was sind die gut? Warum können wir denn nicht Freundinnen sein? Weil es nicht geht? Warum nicht? Weil du eine Rotspiepe bist? Ich will jemanden sein! Ich habe einen Wüschschein? Eine verheiratete Frau ist doch schon ein Jevert! Ja! Und du müsstest behaupten, dass die Mama nicht ein Jevert ist! Hallo, Rito! Herr Rito! Wie kann der Rito losgehen? So geil, Schwammerlitz! Das ist ungeschlagen, ein Schleppchen! Die ultimative Wrestling Elite Story!